Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Holstein Kiel. Sieg in Wiesbaden. Aufstiegsmatchball gegen Schalke. Assen auf der Zielgeraden. Holstein Kiels Triumph in Wiesbaden ebnet den Weg zum Aufstieg. Holstein Kiel hat das Siegtor direkt vor Augen. Mit einer bemerkenswerten Leistung beim Spiel gegen Wehen Wiesbaden am vergangenen Wochenende haben die Störche die Chance, die Saison auf einem hohen Niveau zu beenden. Dieser Sieg könnte auch ein bedeutsamer Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga sein. Doch, wie es im Fußball oft der Fall ist, liegt der Teufel im Detail. Am letzten Samstag demonstrierten die Kieler ihre durchschlagende Effektivität in einem intensiv umkämpften Match gegen den SVW in Wiesbaden. Mit einem 3K1-Sieg behielten sie die Oberhand und untermauerten ihre Botschaft für die Liga. Holstein Kiel ist bereit für den Aufstieg. Das Spiel wurde in der Brita Arena in Wiesbaden ausgetragen. Trotz der Corona-bedingten leeren Ränge war die Atmosphäre aufgeladen mit einer spürbaren Mischung aus Hoffnung, Anspannung und Entschlossenheit und die Störche ließen nichts anbrennen. Sie dominierten von Anfang an das Spielgeschehen und kamen in nahezu jeder Hinsicht hervorragend zurecht. Starke Verteidigungsarbeit, präzises Passspiel und tödliche Angriffe zeichneten ihre zunehmend selbstbewusste Vorgehensweise aus. Doch das Spiel hatte auch einen gewissen Anteil an Dramatik. Trotz des Kieler Sieges war das Duell von Wiesbaden keineswegs ein Zuckerschlecken. Heftige Zweikämpfe und strittige Entscheidungen des Schiedsrichters sorgten für Diskussionen. Dies gab dem Spiel eine weitere Dimension und betonte die Unvorhersehbarkeit, die den Fußball so faszinierend macht. Dennoch, die Spieler von Holstein Kiel bewiesen genau in diesen umkämpften Momenten ihre Stärke. Sie behielten den Kopf oben und reagierten gelassen auf die kniffligen Situationen. Sie lieferten, was von einem aufstrebenden Fußballteam erwartet wird und gaben ihren Fans einen weiteren Grund zum Jubeln. Ein weiterer Schritt in Richtung Bundesliga wurde gemacht. Ein bedeutender Sieg wurde eingefahren. Jetzt warten alle gespannt auf das nächste Spiel der Kieler Störche. Dies könnte ein Aufstiegsmatchball sein, ein Match mit entscheidender Bedeutung. Doch die Kieler sind gut gerüstet. Wenn sie in der Lage sind, ihre momentane Stärke und ihre positive Stimmung beizubehalten, steht dem Aufstieg nichts mehr im Weg. Der Trainer von Holstein Kiel, Ole Werner, hat durch seine taktische Expertise und seine Fähigkeit, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen, maßgeblich zum Erfolg des Teams beigetragen. Er wird sicherlich einen Schlüssel zur Vorbereitung auf das kommende Match finden. Und wenn die Spieler bereit sind, erneut alles auf den Platz zu geben, sind die Kieler am Zug, eine großartige Aufstiegsgeschichte zu feiern. Alles in allem war der Sieg gegen Wehen Wiesbaden eine beeindruckende Leistung von Holstein Kiel. Sie haben gezeigt, dass sie bereit sind, sich mit den Besten zu messen und den Aufstieg zu schaffen. Doch das endgültige Urteil steht noch aus und das nächste Match wird aufschlussreich sein. Holstein Kiel hat seine Fans begeistert und sie sind bereit, die Störche auf dem Weg in die Bundesliga zu unterstützen. Nun liegt es an den Spielern und dem Trainerstab, diese Aufgabe zu meistern. Es bleibt also abzuwarten, ob sich Holstein Kiel in einem möglichen Aufstiegsmatch behaupten kann. Fest steht allerdings schon jetzt, die Störche sind bereit für den großen Sprung. Sie wollen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und der Welt zeigen, dass sie zu Recht einen Platz in Deutschlands Elite-Liga beanspruchen. Der Sieg in Wiesbaden könnte nur der Anfang ihrer Erfolgsgeschichte gewesen sein. Das nächste Spiel kann ihre Chance sein, den Aufstieg zu besiegeln und sich selbst einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern. Doch das ist noch Zukunftsmusik und der Ball ist rund. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.